So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal war ich wieder aus meinem Schlafzimmer, hatten wir schon lange nicht mehr. Die Kleine macht nämlich gerade Mittagsschlaf und ich wollte euch einfach mal zeigen, ich bin in letzter Zeit, ich weiß nicht warum, seitdem ich abgestillt habe, habe ich das Gefühl, ich habe so ein bisschen mehr Lebensqualität wieder. Das klingt total gemein. Also ich habe gerne gestillt, so ist es nicht. Und ich stille ja auch immer noch nachts, so ist es auch nicht. Aber man ist so über den Tag irgendwie doch ein bisschen freier, man hat wieder seinen Körper für sich und kann wieder an seinem Körper arbeiten. Und deswegen dachte ich, Chrissi, geh mal lieber shoppen. Okay, Spaß, ich brauchte glaube ich einfach nur einen Grund, um Geld auszugeben. Wie auch immer. Ich wollte euch auf jeden Fall zeigen, was ich alles so in letzter Zeit mitgenommen habe aus dem Sale. Das ist ja aktuell gerade Sale. Also Leute, los da mit euch. Ne, keine Werbung, kein nichts. Ich fange einfach mal an mit der ersten Sache. Jetzt, wo es bei uns gerade auch endlich mal schneit, habe ich hier so eine richtigen plüschigen Rutsche Socken, also eine ganz ganz dicken mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so ja quasi wie Hausschuhe schon. Die waren glaube ich auf 2,50 oder 3 Euro reduziert und die mussten einfach mit. Ich finde sie auch farblich mega, mega schön. Dann, das hatte ich sogar schon an, habe ich mitgenommen so ein Kleid. Das hängt hier schon auf dem Bügeln. Es ist so ein ganz dünnes. Hier sind noch so eine Bänzelchen dran. Fand ich auch mal mega, mega schön. Ich weiß gar nicht, ob das auch im Sale war. Es war auf jeden Fall, es hat unter 20 Euro auf jeden Fall gekostet. Fand es echt süß zu einer Strumpfhose. Und ja, ich brauchte auch einfach mal was Neues, Leute. Ich war gefühlt 100 Jahre nicht mehr so richtig Klamotten schon. Dann habe ich mitgenommen, ja, das ist sicherlich für die Jahreszeit nicht so nötig, aber ich zeige sie euch mal. Das sind natürlich genau meine Farben hier in weiß, grau und rosa. Einfach so eine dünne, ja, so eine Art Regenjacke. Einfach so ein Überzehen. Ich dachte, so im Frühling ist das super. Mit Kaputte zu oben drüber ziehen. Ja, kann ich ja mal gucken. Die hat, glaube ich, oder das Schild ist gar nicht mehr dran. Ich glaube, sie hat 10 Euro gekostet. Aber ich fand sie mega süß. Ja, im selben Stil haben wir noch mitgenommen. Nach so einer Jacke im gleichen Stil. Ja, die war nicht ganz so günstig. Die war leider nicht im Sale. Aber sie musste einfach mit. Ich habe sowas ähnliches bei einer Freundin gesehen und war voll verliebt. Und Leute, ich trage jeden Tag solche Jacken. Also die passt auf jeden Fall super zum Wetter, super zu mir. Und ja, auch wenn sie nicht gepasst hätte, musste einfach mit. Dann, meine lieben Freunde, das eine habe ich leider schon an. Das andere zeige ich euch mal hier. War bei H&M im Angebot. Und solche ganz normalen Spaghetti-Tops. Ich habe sie ja immer zum Wetter ziehen. Und die waren einfach mal für 2 Euro im Angebot. Davon habe ich mir natürlich gleich zwei Paar mitgenommen. Weil die Kleine durchs Stillen, ich weiß nicht, ob irgendwer das kennt, sie zieht hier immer so dran, wenn sie an die Brust will. Und die sind so ausgeleiert. Die kann ich alle wegtun. Deswegen bin ich heilfroh. Da habe ich auf jeden Fall deutlich gespart. Dann ein weiteres Teil. Das zeige ich euch gleich. Ich muss es einmal kurz holen. Ja, ihr habt alle bei Instagram dagegen gestimmt. Ich behalte es trotzdem. Und zwar ist es dieses gute Kleidchen. Oh, ich drehe das mal. Und zwar ist es dieses gute Kleidchen. Ich weiß, Leo-Style und so ist nicht jedermanns Sache. Ich habe es jetzt aber bei so vielen bei Instagram gesehen und das sah richtig gut aus, wenn die diesen Leo-Style tragen. Deswegen, Leute, das musste einfach mal mit. Das ist recht dünn. Unten ist das so noch so ein bisschen ausgestellter. Es hat so einen V-Ausschnitt, wie ihr seht. Und es hat sieben Euro gekostet. Und ich weiß auch nicht, warum mich das reitet. Ich trage sonst nie Leo. Und alle, auch in meinem Umkreis, finden es porten hässlich. Ich weiß noch nicht, wann ich es anziehe, weil irgendwie keiner will mit mir rausgehen. So, verstehe ich gar nicht. Aber ja, ich muss es behalten. Sorry. Bitte keine Kommentare, wenn ihr es alle hässlich findet. Und ich finde es cool. Irgendwie ist es mal was anderes. Und ja, ich schaue mal, zu welcher Gelegenheit ich das anziehe. Dann habe ich eine Jacke aus dem Sale. Die hat 25 Euro gekostet. Oh, ich stelle mich mal hin. Die ist so. Ja, die Kleine hat sie auch schon eingesaut mit ihrer Banane. Hinten ist sie auch so ein bisschen gerafft. Fand ich auch echt cool. Und Leute, eine Winterjacke für 25 Euro. Oh mein Gott, dachte ich mir, ist es einfach mega, mega günstig. Und die ist echt richtig schön warm. Ich hatte sie die letzten Tage auch schon an. Und ja, ich habe tatsächlich gar keine Jacke, die so kurz ist. Ich habe halt immer nur die langen Mäntel. Also ich liebe auch die langen Mäntel und Jacken und so. Aber irgendwie fand ich das auch mal ganz cool. Mal wieder was Kurzes. Und ja, wie gesagt, der Preis hat mich, glaube ich, am meisten überzeugt. Ja, die ist in so einem Kaki-Grün. Ich weiß gar nicht, ob man das so erkennt. Also fast schwarz. Ja, und von vorne halt so. Eine Sache, die ich auch noch gekauft hatte, die hatte ich fast vergessen. Oh Gott, weil dich habe ich so verliebt in diese Ärmel. Hier ist auch so eine Strickjacke. Die ist leider kurz. Ich trage ja immer eigentlich ganz gerne lange, aber ich fand das mit diesen Ärmeln einfach so, so niedlich. Und der Laden, wo ich es gekauft habe, hieß einfach mal Chrissy. Und ich dachte so, irgendwas muss ich da ja mitnehmen. Ich hatte da auch noch andere coole Sachen an. Ich wollte ja unbedingt gerne so eine Felljacke haben. Also hatten die schon, aber die waren einfach hier in der Taille bei mir viel zu groß. Leute, dass ich das mal sagen kann. Bei mir viel zu groß. Das ist auch schon lange her, dass ich so etwas mal erwähnt habe. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mich dann für diese Strickjacke hier entschieden. Und bin sehr, sehr zufrieden damit. Ihr werdet sicherlich bei Instagram auch noch ein Foto damit sehen. Ja, hier. Und hier seht ihr den Beweis. Chrissy heißt der Laden. Zwar mit I, aber macht nix. Ja, das ist alleine der Name. Der hat mich gezwungen, da irgendwas zu kaufen. Musste sein. Naja, wie das immer so ist. Shame on me. Ich glaube, das war es jetzt auch schon. Das reicht auch, meine Freunde. Ohne Geld schockt sich das ja immer bekanntlich am besten. Es ist auch immer so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich gehe so los und denke so, ach, nimmst du das Essen mal mit? Kannst du ja wieder umtauschen und so. Und dann denkst du so, okay, eigentlich hast du gar keine Kohle dafür. Ach, dann isst du drei Tage nichts. Ach ja, du hast ja noch ein Kind, das braucht auch Essen. Egal, dann gibst du es halt wieder zurück. Im Endeffekt gibst du gar nichts zurück. Und keine Sorge, mein Kind verhungert. Ja, aber ich weiß nicht, wer es kennt, wie es halt immer so ist. Naja, wie auch immer, das war es schon von mir. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das alles so findet. Ich hatte, glaube ich, noch nie ein Fashion Haul. Ich war heute lange nicht mehr shoppen. Und wann war ich irgendwie noch auf Flohmärkten oder so. Wie auch immer. Ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Infobox. Ansonsten verabschiede ich mich auch schon von euch. Ich sage viel, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis zur nächsten Shopping-Eskalation. Ich hoffe nicht. Ja, ich verlinke euch hier noch meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr, sehr gerne abonnieren. Ich sehe gerade, das Bild ist ein bisschen schief. Macht nichts. Müsst ihr beim Zugucken einfach ein bisschen den Kopf schräge halten. Dann ist auch alles gerade. Ich weiß nicht, was mit meinem Stativ los ist. I'm sorry. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.